Hallo, hier ist der Marc. Marc? Der Marc Schöpfer. Wir haben letzte Woche zusammen telefoniert. Wegen der Sexorgie, die wir in der Woche starten wollen. Was? Bist du nicht die Mietze? Aus Schönbau? Was für eine Sexorgie? Ja! Ja! Wir haben doch gesagt, wir laden ein Paar ein. Gleich viele Männer wie Frauen. Und dann legen wir los. Witz, wer bist du? Nein, ein kleines Apero. Was ein Witz? Du sagst, du hast nur einen Witz gemacht. Ja, du hast alles vorbereitet. Das Apero ist bestellt. Schön für dich. Ich weiss ja nicht, für was du mir hier anrufst. Ich lasse ihn, wenn ich da will. Also, nein, ist gut. Wärtschein, ich gebe dir. Wärtschein, ich gebe dir. Das ist mein Freund. Ist gut. Warte. Oh. Salut. Wer ist das? Der Marc. Wer ist Marc? Marc Schöpfer. Aha. Was sagst du? Wir haben zusammen ab... Also, ich weiss nicht, was du ihr abgemacht habt. Aber sie hat dich alle nicht informiert. Wegen der Sex... Was abgemacht? Ja, wir haben gesagt, eine Sexorgie. Ich komme zu dir wegen dir und deine Mutter, wenn du nicht aufhörst, im Fall. Ja, die ist auch schon eingeladen. Die ist schon dabei. Ey, du hast eine Notensohn. Ich verwirsche sie mal. Ich bringe sie um. Äh, nein, du hast da etwas verwechselt. Es ist keine Noten. Sie kommt freiwillig mit. Sie wird nicht zahlt. Hey, wo bist du? Hey, der Schöpfer aus Schönbühl. Schöpfer aus Schönbühl? Ja. Ist gut, warte. Ah, easy. Komm. Warte mal. Alles ist gut. Aber die sind dir auch eingeladen. Nimmst du schon noch ein paar Kollegen mit? Warte mal. Warte mal. Wenn du mich siehst, du kannst gleich rennen im Fall. Wie schnell? Komm schon, warte. Glaub mir. Warte mal dort. Also, ich bin bei der Bösshalterstelle. Warte mal. Warte mal. Ist gut? Ja, ja, warte mal dort. Aber eben, wir haben ja... Jetzt klären wir es nur schnell wegen dem Aperon. Ich habe gedacht, die Glätter take it back. Und auch so für Getränke, so Weisswein, weiss, ein bisschen Champagner... Vielleicht noch... Ich hätte das für einen Weisswein gegeben, man. Du hast keine Ahnung. Also wenn bei dir ein hoffentlich ein guter oder ein teuer, also muss das schon gut sein, der Weisswein. Oh, Kollege, ich würde einfach mal aufpassen, dass du es schnurrst, man. Es besteht. Du musst du mit allen deinen Kollegen so reden, oder? Was? Deine Kollegen? Sie... Rätst du mit deinen Kollegen an, sagst du dem auch noch so? Bist du Kollege von mir, oder was? Ja, du hast ja gesagt Kollege. Hey, pass einfach auf, Kollege. Ja, nein, du hast ja gesagt, ich kann das nicht. Ja, ich bin echt nie gonna. Gäuter, du hast ja gesagt, das war ja nicht. Untertitelung des ZDF, 2020